Das sind die Bären, Tipps und Tabs, die wohnen im Osnabrücker Zoo. Uns gibt es sonst nirgendwo. Denkt ihr, doch das ist nicht so. Warum, weshalb, ja wieso, geht es uns auch anderswo? Hört gut zu, Tipps und Tabs, ich erklär euch das. Denn die Welt wird wärmer und das Eis, es schmilzt. Unser Klima wird viel zu mild. Braun und Eisbär treffen sich, doch eigentlich gibt's das nicht. Das kommt vom ganzen CO2, wir pusten es in die Luft hinein. Wir brauchen zu viel Energie, das CO2 ist viel zu viel. Was kann man denn dagegen tun? Es ist ganz leicht, das kannst du auch tun. Kriegen wir das in den Griff? Hört gut zu, macht alle mit. Mach das Licht immer aus, lass das Auto vor dem Haus. Fahr mal Bus oder Bahn mit dem Fahrrad, wenn du kannst. Bei Geräten, Steckazin, spart ne Menge Energie. Mach sie aus, kein Stand-by, so reduzierst du CO2. Mach doch mit und sei dabei. Ist doch alles, ist doch alles kinderleicht. Wenn man Strom verbraucht und der Motor dröhnt, wird die Luft verdreckt, weil CO2 ausströmt. Unsere Welt verändert sich, wenn CO2 es für sie geht. Was kann man denn dagegen tun? Was kann man denn dagegen tun? Es ist ganz leicht, das kannst du auch tun. Kriegen wir das in den Griff? Hört gut zu, macht alle mit. Mach das Licht immer aus, lass das Auto vor dem Haus. Fahr mal Bus oder Bahn mit dem Fahrrad, wenn du kannst. Bei Geräten, Steckazin, spart ne Menge Energie. Mach sie aus, kein Stand-by, so reduzierst du CO2. Mach doch mit und sei dabei. Ist doch alles kinderleicht. Na 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 na... Wir haben nur diese eine Welt und es ist noch nicht zu spät. Mach das Licht immer aus, lass das Auto vor dem Haus Fahr mal Bus oder Bahn mit dem Fahrrad, wenn du kannst Bei Geräten Stecker 10 spart ne Menge Energie Mach das Licht immer aus, lass das Auto vor dem Haus Fahr mal Bus oder Bahn mit dem Fahrrad, wenn du kannst Bei Geräten Stecker 10 spart ne Menge Energie Mach sie aus, kein Zendball, so reduzierst du CO2 Mach doch mit und sei dabei Ist doch alles kinderleicht Na 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 Wir haben nur diese eine Welt Und es ist noch nicht zu spät Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020